Dima, deine Zimmer sieht aus wie ein Müllhaufen. Geh und putz. Mama, ich glaube, du übertreibst. So unordentlich ist es hier doch gar nicht. Wie bitte? Hast du gesagt, Mama, ich möchte Computerverbot? Ja, okay, mach ich gleich. Alles klar, ich komm gleich wieder. Du hast hier immer noch nicht angefangen. Ich, äh, putz gerade. Willst du mich eigentlich komplett ver- Doch, doch, guck's dir an. Okay.